Die Dauer der Dreharbeiten richten sich auch so ein bisschen nach der Länge des Events. Wenn das jetzt eine Tagesveranstaltung ist, dann reicht uns eigentlich ein halber Drehtag gut aus, um Ihr Event abzubilden. Das Video soll ja auch optimalerweise nicht zu lange werden. Das heißt, das ist ein gesunder Rahmen, in dem wir eine Menge gutes Filmmaterial für das Video produzieren können. Wenn Sie jetzt sagen, es ist aber wichtig, dass tatsächlich alle Programmpunkte des gesamten Tages in dem Video abgebildet sind, dann machen wir das natürlich auch gerne und würden dann eben entsprechend den ganzen Tag auch Filmaufnahmen anfertigen. Nur das ist eine Frage, die wir häufig von Kunden gestellt bekommen, wie lange wir denn brauchen, um genug Material zu sammeln. Ob das dann eben den ganzen Tag über beansprucht, das kann man klar verneinen. Also uns reicht für einen Eventfilm ein halber Tag gut aus. Aber wie gesagt, wenn es Gründe gibt, die dafür sprechen ihrerseits, dass da alles mit reinkommen soll, dann filmen wir eben auch das Event natürlich den ganzen Tag mit. Und jetzt ist es nicht sowide? Also bitte auch ein Halber crackers zu denominieren, weil es dort passiert.